Positives Denken ist einer der wichtigsten Faktoren für ein erfolgreiches und glückliches Leben. Es bringt viel mehr als einfach nur ein Lächeln. Positives Denken erschafft echte Werte und echte Fähigkeiten, die dafür sorgen, dass du im Leben viel schneller vorankommst, erfolgreicher und glücklicher wirst. Du bekommst jetzt von mir 12 extrem effektive Tipps, um positives Denken zu lernen und für immer zu verinnerlichen. Das wird dich dann automatisch auf dein Traumleben ausrichten und dafür sorgen, dass du dich laufend und mit Leichtigkeit weiterentwickelst und deine Ziele auch tatsächlich erreichst. Der erste wichtige Tipp ist, steuere deinen Fokus. Du kannst nicht immer kontrollieren, was passiert, aber du kannst immer kontrollieren, wie du darauf reagierst. Ich meine, sind wir uns mal ehrlich, das Leben kann manchmal extrem hart sein. Krankheiten, Unfälle, Rückschläge, Schicksalsschläge, äußere Umstände, all das kann manchmal richtig beschissen sein. Aber egal, wie nachvollziehbar deine Gründe, egal, wie echt diese Gründe und Ausreden sind, sie bringen dich einfach keinen Millimeter weiter. Ich will dir damit auch nicht sagen, du sollst in jeder Situation einfach das Positive sehen, denn ehrlicherweise gibt es manche Situationen oder manche Umstände, die einfach nur sehr bescheiden sind. Aber anstatt zu jammern, anstatt dich zu ärgern, anstatt immer wieder sich die Frage zu stellen, warum immer ich, richte deinen Fokus darauf aus, was kannst du tun, um die Situation zu verbessern. Was kannst du tun, um persönlich zu wachsen? Denn du kannst gewisse Dinge nicht direkt verändern oder rückgängig machen, aber du kannst lernen, damit umzugehen und daran zu wachsen. Denn ähnlich wie ein Muskel, der quasi nur mit Widerstand wächst, wenn du Gewicht hast oder gegen einen Widerstand arbeitest, kannst du auch als Persönlichkeit in schwierigen Phasen durch negative Umstände extrem gut wachsen. Wenn du dich darauf einlässt und den Fokus eben darauf richtest, wie kann ich am besten aus dieser Situation lernen, mich dadurch weiterentwickeln und die Situation für mich auch verbessern. Der zweite wichtige Punkt ist, achte unbedingt auf deine äußeren Einflüsse. Du kannst nicht in einem negativen Umfeld leben und dir ein positives Leben erwarten. Das heißt, reduziere die Zeit, die du mit Nachrichten verbringst, die du im Internet verbringst oder auf Social Media. Generell das Thema Medien ist extrem negativ geprägt. Die Medien, das Internet lebt häufig davon, negative Emotionen zu triggern, negative Gefühle, Ängste, Sorgen zu provozieren, denn das hält die Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, das sorgt dafür, dass Leute immer und immer wieder kommen. Das merkt man jetzt in dieser Zeit. Also wir haben jetzt, wo ich das Video aufnehme, gerade den zweiten Lockdown in Deutschland und Österreich, in dieser Zeit extrem viele Leute hängen vor den Fernsehen, hängen online auf den Nachrichtenseiten, weil gerade von allen Seiten sehr viel Angst verbreitet wird. Angst vor dem Virus, Angst vor Armut, Angst vor Diktatur oder politischer Einschränkung. Das heißt, alle Seiten versuchen gerade Ängste zu schüren, Sorgen zu schüren und dementsprechend ist es wichtig, dich von diesen äußeren Einflüssen loszusegen und die zu reduzieren, weil das wird, ohne dass du wirklich was dagegen tun kannst, immer mehr auf deine Denkweise abfärben. Das heißt, je mehr Zeit du mit solchen Inhalten verbringst, umso negativer wird auch deine Denkweise und das wird dich unter Garantie blockieren. Das heißt, du wirst einfach weniger schnell vorankommen, du wirst Schwierigkeiten haben, die Dinge umzusetzen, die du dir vorgenommen hast, du wirst dich immer mehr gelähmt fühlen. Das heißt, achte darauf, am besten den Fernseher direkt aus dem Fenster zu werfen, Nachrichtenseiten komplett zu meiden, zu sperren und verbringe deine Zeit lieber damit, positive Inhalte zu konsumieren, die dich weiterbringen, die dafür sorgen, dass sich dein Leben auch tatsächlich verbessert. Der dritte Punkt geht mit dem zweiten Dauch Hand in Hand, nämlich achte auf dein privates Umfeld. Wenn du dich ständig mit Menschen umgibst, die nur jammern, sich beschweren, sich aufregen, sagen, ja, man kann sowieso nichts verändern, alles ist scheiße, dann wird dich das auch massiv mit runterziehen. Das heißt, wenn du wirklich eine positivere Denkweise entwickeln willst, dann umgib dich auch mit Menschen, die schon eine positivere Denkweise haben, die ein gewisses Erfolgsmindset haben, die vielleicht schon dort stehen, wo du hin möchtest. Solche Menschen findest du insbesondere auf Seminaren, in bestimmten Gruppen, auch im Internet oder in Masterminds, in Coachings. Das heißt, überall, wo man sich weiterentwickeln kann, weiterbilden kann, sind in der Regel auch Menschen, die ein positiveres Mindset haben, die an sich arbeiten wollen, die sich weiterentwickeln wollen, die etwas erreichen wollen. Das Gleiche gilt in der Regel auch beim Sport, da lernt man auch häufig eher positivere Menschen kennen, ist natürlich nicht zu 100% immer der Fall, aber egal, wo es darum geht, sich persönlich weiterzubringen, sich ein besseres Leben aufzubauen, kannst du auch positivere Menschen kennenlernen und das bedeutet natürlich nicht, dass du keine Zeit mit Menschen verbringen darfst, die manchmal ein bisschen negativer drauf sind, lästern oder jammern, aber es geht darum, dass du einfach Einflüsse hast von Menschen, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind als du, die positiv denken, die deinen Horizont auch erweitern, mit denen man sich gegenseitig pushen kann, sich gemeinsam weiterentwickeln kann und das wird auch extrem positiv auf deine Denkweise abfärben, dafür sorgen, dass du einfach positivere Gedanken hast, negative Gedanken sorgen, immer mehr verschwinden und du einfach mehr auf deine Ziele, auf dein persönliches Traumleben ausgerichtet bist. Der vierte wichtige Punkt ist dann, arbeite laufend an deinem Mindset. Was meine ich damit? Es geht darum, an deinen Denkweisen, deinen Überzeugungen, deinen Glaubenssätzen zu arbeiten, die in deinem Unterbewusstsein verankert sind. Das heißt, diese Stimmen, wenn man so will, beziehungsweise den Text, den wir wahrnehmen als Gedanken, als positive Gedanken, als negative Gedanken, die haben in der Regel ihren Ursprung in unseren Überzeugungen, in unseren Denkweisen, in unseren Glaubenssätzen. Das heißt, das, was wir wirklich als Gedanken wahrnehmen, ist ja nur ein Bruchteil von dem, was in uns vorgeht an Gedanken und die haben eben ihren Ursprung in unseren Überzeugungen und Glaubenssätzen. Das heißt, wenn du laufend irgendwelche negativen, destruktiven Gedanken hast, es ist wichtig zurückzuverfolgen, welche Denkweisen, welche Überzeugungen da dahinterstehen, welche Denkweisen und Überzeugungen in deinem Unterbewusstsein verankert sind und dann kannst du beginnen, an denen gezielt zu arbeiten und dann wirst du auch von der Wahrnehmung her positiver denken und auch mehr positive Gefühle haben, mehr Drive haben, dich wirklich voran zu bewegen, dich weiterzuentwickeln und dir dein persönliches Traumleben zu erschaffen. Ein Großteil unserer Gedanken sind repetitiv. Das heißt, sie wiederholen sich immer und immer wieder. Du kennst wahrscheinlich selbst dieses Rädchen vom Grübeln, das sich immer und immer wieder in die gleiche Richtung dreht und um die gleichen Dinge geht. Das heißt, wenn du laufend trainierst, deine Denkweise in eine andere Richtung zu verbessern, dann wird sich das auch immer mehr in deinem Alltag automatisieren und integrieren und da ist es insbesondere wichtig, alle Denkweisen mal auszugraben, die du über dich hast, über die Welt, über Erfolg, über Geld, über Weiterentwicklung, über andere Menschen und dir da auch wirklich eine Liste machen von all deinen Überzeugungen und dann zu schauen, okay, welche bringen mich wirklich voran und bringen mich dorthin, wo ich hin möchte und welche fühlen sich einfach extrem limitierend und unangenehm an. Das sind insbesondere Gedanken wie, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht diszipliniert genug, ich bin faul oder ich habe es nicht verdient, erfolgreich zu werden. Andere Menschen sind gierig, böse oder man kann anderen Menschen nicht vertrauen. Die Welt ist schlecht und ungerecht, Geld ist was Schlechtes. Erfolgreiche Menschen ziehen andere Leute über den Tisch und solche Denkweisen, die sind dann wie ein Anker in deinem Unterbewusstsein, der dich an der Stelle festhält, wo du gerade stehst. Das heißt, solange du nicht diese Denkweisen auch veränderst und auflöst, wirst du da auch nicht wirklich weiterkommen. Wie kann man solche Denkweisen auflösen? Das ist natürlich im Detail ein bisschen ein komplexerer Prozess, aber eine Übung, die da schon mal sehr gut hilft, ist sich einfach seine limitierenden Denkweisen anzuschauen, diese Denkweisen dann umzuwandeln in eine positivere Denkweise, die besser für die eigenen Ziele, für die eigenen Vorhaben funktioniert und dann Gegenbeweise für die negative Denkweise zu sammeln und Beweise für die positive Denkweise zu sammeln. Am besten funktioniert das natürlich gemeinsam mit einem Coach, mit einem Mindset-Coach, also jemand, der Ahnung davon hat, der wirklich die Fähigkeit beherrscht, dich in gewissen Bereichen auch tatsächlich zum Umdenken zu bringen. Und da ist es auch wichtig, nicht nur auf der rationalen Ebene zu arbeiten, sondern auch auf der emotionalen Ebene. Denn viele negative Denkweisen, die wir über uns selbst haben, über die Welt oder über andere Menschen, sind gekoppelt mit irgendwelchen sehr emotionalen Erlebnissen, in der Regel aus der Kindheit, aus der Jugend, aus der Vergangenheit eben, die nie ganz verarbeitet worden sind. Weil sie einfach zu intensiv, zu schmerzhaft waren und wir sie einfach weggeschoben haben oder uns immer abgelenkt haben oder sonst irgendwas, wenn solche Gefühle hochkommen. Das heißt, da ist es wichtig zu schauen, okay, mit welchen Erlebnissen ist auch diese Denkweise verbunden und da beispielsweise mit verschiedenen Techniken oder Meditationen, da ist so Loslassen, das richtige Stichwort dafür, da reinzugehen, diese Emotionen hochzuholen und auch wirklich aufzulösen. Das heißt, die Arbeit am Mindset ist ein laufender Prozess, ähnlich wie ins Fitnessstudio zu gehen oder jeden Tag laufen zu gehen oder sich gesund zu ernähren. Das ist nichts, was man einmal macht, sondern was eben laufendes Training ist, aber was extrem effektiv ist, was mir massiv geholfen hat, mein Leben tatsächlich wieder auf die Beine zu bekommen. Ich war ja mal in einem richtig tiefen Loch und viel erfolgreicher zu werden, unternehmerisch voranzukommen, sportlich in Beziehungen voranzukommen. Das heißt, das ist in meinen Augen eine der wichtigsten Gewohnheiten, die du dir in deinem Leben aufbauen kannst, nicht nur für eine positive Denkweise, sondern generell für ein besseres Leben, laufend an deinem Mindset zu arbeiten. Der fünfte wichtige Punkt ist, komm proaktiv ins Handeln. Das heißt, entwickle dich laufend weiter, setz dein Wissen um, setz neue Dinge um. Denn wenn du dich laufend weiterentwickelst, wenn du laufend neue Dinge lernst, dann wird sich deine Denkweise auch automatisch zum Positiven verändern. Warum? Du wirst einfach merken, okay, ich entwickle mich laufend weiter, ich bekomme neue Fähigkeiten und deshalb wirken Probleme oder Widerstände plötzlich viel, viel kleiner. Du baust Momentum auf, also ähnlich wie ein Zug, der volle Fahrt hat, der durch eine Mauer durchrauschen kann, wie durch Butter sozusagen. Aber wenn er steht, kann man mit Keilen dafür sorgen, dass er gar nicht wegfahren kann. Das heißt, diese Bewegungsgeschwindigkeit, die baust du natürlich auf, wenn du dich laufend weiterentwickelst, wenn du laufend im Handeln bist, im Umsetzen bist. und dann wirken auch Rückschläge kleiner, dann wirken Probleme viel kleiner und du merkst einfach, wie sich dein Leben laufend verbessert und das verbessert automatisch auch deine Denkweise, deinen Blick in die Zukunft. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt hierbei ist diese Verhaltensweisen, dieses ins Handeln kommen, zu automatisieren, nämlich durch Gewohnheiten. Das heißt, zu lernen, wie du gezielt neue Gewohnheiten aufbauen kannst, wie du gezielt neue Gewohnheiten in deinem Leben etablieren kannst und dann machst du einfach die wichtigsten Handlungs- und Verhaltensweisen zur Gewohnheit. Das heißt, an deinen wichtigsten Projekten zu arbeiten, machst du zur Gewohnheit. Sport, gesunde Ernährung kannst du zur Gewohnheit machen. Genauso das Thema am Mindset zu arbeiten oder auch sich laufend weiterzuentwickeln. Das heißt, wenn du da ein paar Schlüsselgewohnheiten aufbaust, das sind in der Regel eine Handvoll Gewohnheiten, fünf, sechs, sieben Gewohnheiten, wenn man da eine pro Monat aufbaut, dann schaut dein Leben innerhalb von einem Jahr vollkommen anders aus. Das heißt, komm laufend proaktiv ins Handeln, hör auf, dich nur mit irgendeinem Wissen voll zu stopfen, sondern leg viel mehr Fokus darauf, ins Handeln zu kommen, in die Umsetzung zu kommen, anstatt nur Inhalte zu konsumieren. Der sechste Punkt ist, schaffe Klarheit darüber, was du in deinem Leben willst und vor allem, warum du es willst. Viele haben einfach irgendwelche Ziele, von denen sie mal gehört haben, von anderen Leuten, von der Gesellschaft, dass sie erstrebenswert sind oder sie haben gar keine Ziele. Du musst einfach verstehen, je mehr du weißt, was du willst, aber vor allem, warum du es willst, umso motivierter wirst du auch und du wirst dann automatisch auch mehr Mittel und Wege finden, um deine Ziele, um deine Visionen tatsächlich Wirklichkeit werden zu lassen. Und dabei geht es eben viel stärker um das Warum als um das Was. Also, warum will ich ein gewisses Ziel, eine gewisse Sache haben, als was will ich jetzt genau haben. Ich bringe dir gerne mal ein Beispiel. Stell dir vor, ich schenke dir einen Geldkoffer mit einer Million Euro drin, in 100 Euro Scheinen und das Einzige, was du damit machen darfst, ist sie bei dir an die Wand kleben. Dann hast du zwar eine coole Tapete, aber das Geld wird dich wahrscheinlich nicht sonderlich glücklicher oder zufriedener machen. Und genauso ist es mit deinen Zielen, wenn kein Warum dahinter steht, was du mit diesem Geld beispielsweise machen kannst oder warum du gewisse Dinge erreichen willst. Wenn da kein emotionales Erlebnis, kein emotionaler Wert dahinter steckt, dann werden dich diese Dinge nicht antreiben. Und du kennst das vielleicht, dass du gewisse Ziele hast, aber trotzdem, ja, dann Netflix, die Couch oder sonst irgendwas interessanter wirkt, als jetzt an diesen Zielen zu arbeiten. Und das liegt in der Regel daran, dass man vielleicht weiß, was man haben möchte, aber nicht, warum man es haben möchte. Und das ist was, wo wir auch, ja, uns häufig zu wenig Gedanken drüber machen. Das heißt, stell dir immer wieder die Frage, gibt es so ein nettes Spiel, ja, wie ein kleines Kind, warum, 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 fragst du dich, warum will ich dieses Ziel haben? Und dann kommt eine Antwort und dann fragst du wieder, warum will ich das haben? Und warum will ich das haben? Und warum will ich das haben? Und wenn du das richtig machst, kommst du dann immer tiefer und tiefer auf die emotionalen Ebenen, da wo es mal zum Brennen und zum Grubeln anfängt. Und das gibt dir dann natürlich auch viel, viel mehr Antrieb, tatsächlich an diesen Zielen zu arbeiten. Und sobald du dann weißt, was du willst, was deine Werte sind, welche Stärken und Fähigkeiten du in deinem Leben etablieren willst, dann solltest du dir das auch immer wieder ins Bewusstsein rufen. Denn unser Unterbewusstsein lernt durch Wiederholung. Das heißt, wenn du dich immer wieder dran erinnerst, ist das wie ein Auftrag an unser Unterbewusstsein. Das will ich haben, so will ich, dass mein Leben ausschaut, das will ich verkörpern, sorg dafür, dass diese Vision eintritt. Das heißt, wenn du deine Ziele, deine Visionen regelmäßig wiederholst, visualisierst oder einfach nur in deinem Bewusstsein rufst, dann sorgst du automatisch dafür, dass die 95% der unseres Potenzials, die ja von unserem Unterbewusstsein gesteuert werden, genau darauf ausgerichtet sind. Der siebte Punkt ist, eigne dir laufend neues Wissen an. Wissen, das dich weiterbringt, Wissen, das dafür sorgt, dass du neue Erkenntnisse gewinnst und dein Leben verbessern kannst. Es ist dabei auch relativ egal, ob du noch mit kostengünstigeren Büchern oder Kursen arbeitest oder ob du hochwertige Coachings oder auch Seminare buchst. Es geht dabei primär natürlich um die Umsetzung, denn erst in der Umsetzung kommen dann tatsächlich auch die Ergebnisse. Das heißt, hol dir natürlich das hochwertige Wissen, das dich in deinem Leben voranbringt, aber achte primär darauf, dass du auch Leute hast oder Wissen konsumierst, das dafür sorgt, dass du auch tatsächlich umsetzt, dass du auch tatsächlich ins Tun kommst, weil da kommen natürlich immer die Ergebnisse her und dadurch verändert sich auch deine Denkweise immer mehr zum Positiven und du wirst dadurch auch schneller vorankommen. Der achte Punkt für eine positivere Denkweise ist das Thema Dankbarkeit. Denn wenn du regelmäßig Dankbarkeit praktizierst, dann richtest du sozusagen den Unterbewusstsein darauf aus, nach Dingen zu suchen, die dich erfolgreicher und glücklicher machen. Es ist im Prinzip nichts anderes, als ein Dankbarkeitstagebuch beispielsweise zu führen. Das heißt, dass du dich jeden Tag ein paar Minuten hinsetzt und bewusst nach Dingen suchst in deinem Leben, für die du dankbar bist. Und das bedeutet dann im Prinzip, dass du deinem Unterbewusstsein den Auftrag gibst, mehr nach diesen Dingen auch zu suchen, dir mehr von diesen Dingen ins Leben zu holen. Das sorgt natürlich für eine positivere Denkweise und sorgt nachweislich dafür, dass wir einfach glücklicher und zufriedener sind und auch automatisch dafür sorgen, dass wir unser Leben weiter verbessern und weiterentwickeln. Der neunte Punkt, der dir dabei hilft, positiv denken zu lernen, ist das Thema Ablenkungen zu eliminieren. Als Ablenkung definiere ich alles, was dich deinem Traumleben nicht näher bringt, sondern dich eben ablenkt. Das können einerseits klassische Ablenkungen sein, wie digitale Ablenkungen, das Internet, das Smartphone, Netflix, Fernsehen und dergleichen, aber auch beispielsweise finanzielle Ablenkungen, das heißt Dinge, für die du dein Geld verschwendest, das dich gar nicht weiterbringt oder auch Dinge, die deiner Gesundheit schaden, dich in deinen Beziehungen zurückhalten. Das heißt, all diese Dinge Step by Step aus deinem Leben zu eliminieren. Denn jedes Mal, wenn du dich mit gewissen Dingen ablenkst, sorgt das dafür, dass deine Denkweise sozusagen zerstreut wird, anstatt auf dein Traumleben, auf eine positive Denkweise, auf Weiterentwicklung fokussiert zu sein, wirst du eben ständig abgelenkt. Und das sorgt dafür, dass du eben nicht so schnell vorankommst, wie du möchtest, dass sich sehr schnell auch negative Denkweisen einschleichen, Denkweisen, die dich zurückhalten, die dich blockieren. Wenn du aber beginnst, Step by Step diese Ablenkungen zu eliminieren, dann wird dein Verstand immer klarer, wird immer mehr ausgerichtet auf das, was du tatsächlich willst. Du wirst immer besser darin, Lösungen für Probleme zu finden. Du wirst weniger grübeln und einfach schneller vorankommen. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, je mehr ich einfach Ablenkungen aus meinem Leben eliminiert habe, umso positiver wurde auch meine Denkweise, umso besser wurde mein Fokus, umso produktiver bin ich geworden, umso mehr Energie und Lebensfreude hatte ich auch. Das heißt, Ablenkungen wegzulassen, wirkt sich eben nicht nur positiv auf deine Denkweise und auf deine Gedanken aus, sondern auf dein gesamtes Leben. Der zehnte Tipp, um eine positivere Denkweise zu entwickeln, ist es, dich unternehmerisch weiterzuentwickeln. Das heißt, wenn du noch gar kein Business hast, vielleicht mal nebenbei ein Business zu starten oder mal selbstständig was zu starten, um da auch reinzuschnuppern. Oder wenn du bereits selbstständig bist oder Unternehmer, dein Unternehmen auf das nächste Level zu heben, zu skalieren und weiterzuentwickeln. Denn es gibt in meinen Augen kein besseres Mindset-Training, als unternehmerisch bzw. selbstständig aktiv zu sein. Denn dir werden dann ständig neue Herausforderungen, neue Problemchen, neue Schwierigkeiten vor die Füße geworfen, die du lösen musst. Und das sorgt natürlich auch für enorme Selbstvertrauen, wenn man dann Step-by-Step lernt, alle möglichen Schwierigkeiten, Hindernisse zu überwinden, sich weiterzuentwickeln, sich neue Fähigkeiten anzueignen, die man davor noch nicht hatte. Und ja, das sorgt dann auch dementsprechend für eine positivere Denkweise, weil man dann einfach immer mehr die Einstellung entwickelt, so okay, egal was jetzt kommt, ich habe schon so und so viele Schwierigkeiten gelöst, ich werde das nächste Problem, die nächste Schwierigkeit auch gut lösen können. Und dann ist man natürlich weniger am Grübeln, nicht so in negativen Denkweisen gefangen, sondern man hat einen positiveren Blick in die Zukunft, entwickelt sich laufend weiter und kann sich nebenbei natürlich noch ein eigenes Business aufbauen, von dem man vielleicht dann auch leben kann, beziehungsweise was einem natürlich auch hilft, finanziell mehr seinem Traumleben näher zu kommen. Der elfte Tipp für positives Denken ist es, deine Ängste zu konfrontieren. Denn ganz, ganz viele unserer negativen Gedanken, unserer Grübeleien, unserer Sorgen, unserer Selbstkritik auch, haben Zusammenhänge mit gewissen Ängsten. Und wenn du jetzt beginnst, deine Ängste Step-by-Step zu konfrontieren, dann sorgst du dafür, dass du nicht nur die Ängste auflöst, sondern natürlich auch all die negativen Gedanken. Denn viele unserer negativen Gedanken entstehen ja aus unserer Fantasie, dass wir unsere Ängste vermeiden, dass wir unsere Ängste umgehen wollen und dass das, was alles passieren kann, dann im Kopf viel größer und viel größer gemacht wird, als es tatsächlich ist. Und wenn du deine Ängste tatsächlich konfrontierst, dann sieht dein Verstand, dass da häufig gar nichts Gefährliches dran ist, dann verschwinden auch Step-by-Step immer mehr die negativen Gedanken. Das bedeutet, wenn du gewisse Ängste in deinem Leben hast, egal ob es jetzt die Angst ist, vor oder mit anderen Leuten zu sprechen, zu verkaufen, Fehler zu machen, zu scheitern, in irgendeiner Form verletzlich zu sein oder Schwächen zu zeigen oder ja, alle möglichen inneren Blockaden und Ängste, dann ist das für dich eine extrem gute Gewohnheit, Schritt für Schritt in diese Ängste reinzugehen. Immer so ein bisschen, dass du getriggert bist, natürlich nicht ganz extrem in deine Hardcore-Angst direkt rein, dass du gelähmt bist und dich keinen Zentimeter mehr bewegen kannst, sondern Step-by-Step in kleinen Dosen sozusagen, dich an dieser Angst auch zu gewöhnen. Dann kommen natürlich auch die Emotionen hoch, die du dann Step-by-Step einfach da loslassen kannst und durchleben kannst und dadurch einfach diese Kernängste auch auflöst und damit auch die negativen Gedanken, die dahinterstehen. Und der zwölfte extrem effektive Tipp für eine positivere Denkweise ist es, lerne von Menschen, die schon dort stehen, wo du hin willst. Am besten direkt über 1 zu 1 Zusammenarbeit, über Coaching, über Mentoring, über Masterminds mit diesen Leuten, denn wenn du laufend Feedback bekommst von gewissen Menschen, wenn du laufend mit gewissen Menschen arbeitest, dich austauscht und dich weiterentwickelst, wirst du automatisch auch mehr von deren Denkweisen annehmen. Die können dir dann natürlich auch helfen, gewisse Denkfehler oder gewisse blockierende Denkmuster aufzuzeigen und aufzulösen und zu verändern. Und wenn Menschen einfach schon dort stehen, wo du hin möchtest, dann kannst du auch davon ausgehen, dass sie eine positivere, eine erfolgsorientiertere Denkweise haben. Denn unsere Ergebnisse, die wir erzielen, sind in der Regel einfach nur ein Spiegel unserer inneren Welt. Das heißt, wie viel Geld wir verdienen, unser körperlicher Zustand, unsere Beziehungen, unser gesundheitlicher Zustand, unser emotionaler Zustand, all das ist einfach nur ein Spiegel von deiner inneren Welt. Und wenn es eben Menschen gibt, die schon sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen, dann kannst du davon ausgehen, dass sie auch sehr, sehr gute Denkweisen haben. Und wenn du dann mit diesen Menschen zusammenarbeitest, von diesen Menschen lernst, dann werden diese Denkweisen automatisch auch immer mehr auf dich abfärben. Du wirst immer mehr diese Denkweisen auch annehmen und verankern. Das heißt, verbring viel Zeit mit Menschen, die einfach schon dort stehen, wo du hin möchtest, lern von ihnen, konsumiere einfach gewisse Inhalte oder arbeite direkt mit diesen Menschen zusammen und dann wird sich auch deine Denkweise sehr positiv ausrichten, sehr auf Erfolg und dein persönliches Traumleben fixiert sein. Es macht natürlich immer Sinn, Menschen in deinem Leben zu haben, die dich unterstützen, die dir weiterhelfen, die dir nicht nur helfen, negative Denkweisen aufzulösen und positivere Denkweisen zu entwickeln, sondern die dir natürlich auch strategisch weiterhelfen können bei den Themen, an denen du gerade arbeitest. Ich hatte in meiner Vergangenheit ganz, ganz viele Coaches, mit denen ich zusammengearbeitet habe, in den unterschiedlichsten Bereichen, sei es jetzt im Bereich Online-Marketing, YouTube, Business, Gesundheit, Fitness, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, in eigentlich jedem Lebensbereich, der mir persönlich wichtig ist, habe ich oder hatte ich Leute, die mich dabei unterstützen, da schneller voranzukommen. Denn es ist in der Regel viel effizienter, sich einfach dieses Wissen einzukaufen, als Jahre damit zu verbringen, gewisse Dinge selbst herauszufinden. Das heißt, mir persönlich hat es immer extrem geholfen, einfach Menschen an meiner Seite zu haben, die mich unterstützen, die mir auch sehr, sehr häufig geholfen haben, gewisse Denkweisen aufzulösen, gewisse Denkweisen auch zu verändern. Das heißt, da auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp, einfach da Zeit und auch Geld zu investieren, in Menschen, die schon dort stehen, wo du hin möchtest, um da einfach auch mehr Zeit mit diesen Menschen zu verbringen und von diesen Menschen lernen zu können. Und wenn du möchtest, dass ich dich persönlich dabei unterstütze, in deinem Leben voranzukommen, eine positivere Denkweise zu entwickeln, mehr in die Umsetzung zu kommen und auch mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben zu haben, dann trag dich gerne ein für eine kostenlose Strategiesession mit mir. Denn in diesem Gespräch werden wir gemeinsam einen Schritt-für-Schritt-Plan entwickeln, wie du dein Leben oder auch dein Unternehmen auf das nächste Levelkatapultierst. Klick also jetzt einfach hier auf die Endcard oder auf den Link in der Videobeschreibung und trag dich ein für eine kostenlose Strategiesession.